Servus Leute! Wir befinden uns gerade im Auto auf dem Weg nach Cottbus, zur Cottbus Etappenfahrt mit Henry Uling und Oskar. Und wir zeigen euch ein paar Renn-Eindrücke im neuen Vlog auf dem Cyclo-Hospital. Der hat doch noch einen Haufen Akku an, ne doch, geht's nicht mehr. Aber scheiße, wann sieht man Schatten? Das ist doch Wahnsinn raus da! Ich bin extra hier vorgefahren, damit wir hier einbieren. Und hier ist ein Mann aus Polen ganz vorn. Nein, halb neun. Halb neun fahren wir los. Halb neun, Dresspunkt am Auto. Das heißt, wir müssen die Transponder umschrauben. Statement zum Rennen, Philipp Ecker. Sehr schnell. Hart. Schlechte Straßen. Hektisches Feld. Steffen Uling, kurzes Statement zum Rennen. Ne, jetzt nicht. Ich hab ein Haufen Arbeit, weil das Rad ist jetzt im Eimer und jetzt ist Wochenende. Henry muss leider die Kamera aus der Hand legen, weil er muss mir jetzt beim Zentrieren helfen. Zerstörer? Wollt ihr Blut sehen? Dann müsst ihr mit zum Duschen gehen. Das war Una. Das war nicht mal mein Verschulden. Statement zum Rennen. Sondern der, der hinten reingefahren ist. Kurz und knackig. Ne, er war hart. Kurz. Das war voll kurz, ne? Das war richtig kurz. Ne, war schnell und war ganz gut. Bro, wir sind jetzt angekommen im Hotel. Beautiful Zimmer. Alter, du Junge, Junge. Wie du ausschalst, du bist richtig räkig. Beautiful. Alter, ich komm hier mal hinter dir an. Sexy. So, wohin geht's? Essen. Ja. Reisen und Speisen. Genau, Reisen und Speisen. Herr Junge, der passt eigentlich relativ gut. Jo Leute, hier seht ihr die Probleme beim Nummerramachen. Jo. Wohin geht's? Zum Zeitfahren. Läuft. Nächster Tag ist angebrochen. Let's go. Wir haben eine Besprechung mit Philipp Eger. Was ist dein Plan heute? Vollgas geben. Was würdest du erreichen? Das ist eine gute Antwort. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich mich einschätzen soll. Gestern war schon ziemlich hart. Okay. Konferenz ist steil. Ich weiß nicht. Krass, wirst du gehen. Okay, krass, krass, krass. Wir sehen uns wieder. Jo, Zeitfahren ist dann. Elfen Platz oder so. Ist gut. Oder Philipp? Lief's gut zu Zeitfahren? Ja, Philipp ohne Zeitverrat. Läuft's. Ja, Leute. So, jetzt fahren wir zurück. Essen. Und dann geht's auch schon zum Straßenrennen. Es ist und bleibt eine Legende. Es ist und bleibt eine Legende. Es ist mir doch scheißegal. Es ist und bleibt ein Hipster, der Cola trinkt. Meinstol? Läuft die jetzt? Ja. Nein. Das Arsch! Hör mal auf! Mach, geh doch mal bitte zu ihm. Guck mal, sag mal Hallo. Hallo. So was macht man nicht! Das gehört sich nicht! Nein, das gehört sich nicht! Wir sprechen uns heute! Henry ist krass! Kameras an! Hans in Action! In die Autos rein! Hans zieht durch! Auf geht's! Das war der Start! Ja! Ja, Henry! Sehrjähriger Radlantricker! Cottbus Rundfahrt ist so eben beendet worden. Okay, eigentlich vor ungefähr drei Stunden oder so. Ja, hier, Henry Ulrich, zweiter Platz. Da oben sehen wir uns. Die dritte Etappe, 120 Kilometer, 1a-Rennen im Sprint gewonnen. Also auf den zweiten Platz halt. Sehr nice! Ja, auf der zweieinhalbten Etappe, Etappe 2.2 ist der dritte geworden auch im Sprint. Ein ziemlich beschissenes Rennen. Kleiner Kurs, 1,2 Kilometer oder sowas. 120 Leute. Hat nicht wirklich hingekommen. Naja, man konnte es übernehmen. Also vergesst nicht zu abonnieren, liken und kommentieren. Und ja, das war's für das Video. Tschau! Radler Dringer! Blöde nix!